wunderschönen guten tag zum neuen traveling 8000 vlog heute geht es los mit arbeiten wir sind an unserem ersten tag hier am hobbit movie set ihr im hintergrund seht sind mega aufgeregt wir haben nämlich jetzt erstmal eine führung also eine turi führung so statt nämlich die arbeit quasi damit man erstmal sieht wie die führung für touristen aussehen soll und danach kommt hier die einführung und so weiter also wir sind schon mega gespannt wird bestimmt mega wunderschönen guten tag tatsächlich ist es jetzt ein monat her oder so in knappen monat arbeiten wir jetzt schon in hobbiten wir haben die ganze zeit nichts gefilmt weil wir einfach immer nur zur arbeit gehen und abends nicht mehr so viel machen aber jetzt passiert mal wieder was spannendes endlich und zwar kommt der philipp von mir kommt aus deutschland uns besuchen bzw er ist schon da der ist heute morgen mit dem flugzeug angekommen und ist schon mal vorgefahren wir fahren jetzt wieder nach koromandel da waren wir ja schon mal und das liegt auf der route von philipp die er sich rausgesucht hat wir reisen jetzt zwei tage mit dem über koromandel dann müssen wir wieder vier tage arbeiten und dann dritte ich mich wieder mit dem philipp weil wir dann eine wanderung machen wollen ja freue ich mich auf jeden fall mega drauf also dann schauen wir mal was die nächsten zwei tage so bringen tschau ja die begände aus winningen sag mal einen schönen grüßen an unsere zuschauer ja hallo ja ich bin da hat schon richtig spaß gemacht gestern abend waren auch schon am meer frühstücken und gleich immer noch eine wanderung liebe grüße in die heimat und schauen wir mal was es hier noch so gibt ja 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 so ich hoffe man versteht mich hier mit dem meeresrauschen im hintergrund überhaupt ja 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 so ich hoffe man versteht mich hier mit dem meeresrauschen im hintergrund überhaupt nach der kleinen wanderung gestern sind wir weiter über die koromandel halbinsel gefahren gehen jetzt hier was kleines essen in wangamata und dann fahren wir runter nahe zu den blue springs das ist ja nicht mehr in koromandel das ist von cambridge wo unser campingplatz ja ist und da gibt es dies angeblich das ist eine quelle und da gibt es in dem fluss das klarste wasser neuseelands schauen wir uns mal an äh ich habe hier richtig urlaubsfeeling seit ewigkeit mal wieder schon einen monat hart gearbeitet kenne ich gar nicht mehr äh top ist das also bis später ja 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 herzlich willkommen bei einem traveling 8000 blog ich bin heute mal nicht der las denn wir sind auf dem hobbit movie set und der las ist gerade am arbeiten da schauen wir uns doch gleich mal an was er hier so den ganzen tag macht mit dann okay es war auch Broders birthday er hat 33 auf das gleiche Tag von der Age of Hobbits so wir sind jetzt in den Green Dragon. Ich finde, das hat er ganz gut gemacht. Und das Wichtigste zu trinken gibt es auch von den beiden fleißigen Wienchen hinter der Theke. So, die Arbeitswoche ist schon wieder rum und wir haben uns wieder mit Philipp getroffen. Wir sind jetzt hier Richtung Rotorua gefahren. Hier gibt es ganz schön ganz viel vulkanische Aktivitäten und geothermalische Aktivitäten und jetzt haben wir uns hier so eine kleine Wanderung rausgesucht und gucken uns das mal an. Viel Spaß! So, das war's für heute. Damit beende ich die Folge und mache mich auf den Weg. Ich fahre jetzt nämlich weiter und lasse die zwei Süßen hier. Ich mache noch eine kleine Wanderung über den Tongariro-Vulkan. Die kriegt ihr vielleicht auch noch irgendwann Kredenz in dem Vlog. und sage, macht es gut. Schöne Grüße nach Deutschland und kommt auch mal hier rüber. Richtig schön! Mö